Musik Hallo, Dovin Noob hier, diesmal mit einem ernsten Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich befinde mich hier auf dem Glendeshof Sim, wo am 25. Mai 2010 eine besondere Veranstaltung stattfindet. Der 25. Mai ist der Internationale Tag der vermissten Kinder. Ausgerichtet von der Initiative Vermisste Kinder und unter dem Motto, zusammen werden wir sie finden, treten viele namhafte Künstler auf. Musik Lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzen, ein Zeichen der Hoffnung. Musik Zusammen werden wir sie finden. Musik 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 Musik